Zwei Minuten. Das ist unser Restaurant. Angeline, was machst du da? Wirst du plumpst machen? Angelina, du rutschst ab. Was denn jetzt? Du rutschst doch ab, man müsste drinnen. Du rutschst doch rein, was machst denn du? Rutschst du da ab, dann wird es richtig lustig. Oh, guck mal! Der hat Brot reingeschmissen. Der hat Brot reingeschmissen. Brot. Du rutschst ja, guck mal. Was denn? Oh, was denn? Oh, watscha. Ah, getrer! Was verletzt? Wollt ihr in die Kirche? Warum schlucht sie? Die Kirche ist da hinten, was sie auf dem B Raketen Und hier ist sie da hinten Da ist sie noch mal Ölg, wir sind zu sehen Schluft, sie sind Schlau Es ist so abrutscht. Oh, es ist kalt. Ich gehe wieder hoch, es ist kalt. Oh, das ist kalt. Das ist kalt, es ist kalt. Das ist kalt. Wir haben es in den determinen, und die Leute haben die Seite. Also müssen wir kurz in die Haut kommen ... und sind 그러�t einprägen. Ich muss die Mittelfe einpielen, ich bin das zum Einzelnen, wo der Boden kommt. Das ist die ganze Zeit. Es musswowzeln. Das ist die Arzt. Der eine Arzt ist eine Kröcke. Riesig große blaue Fisch da. Wie fahre ich jetzt aus? Riesig große Fisch. Ist mir jetzt was passiert? Wasser ist was.